Die Ausstellung Better Books Kunst, Anarchie und Apostasie dokumentiert das Phänomen eines ungewöhnlichen Londoner Buchhandels, der in den 1950er und 60er Jahren zum Zentrum der künstlerischen Avantgarde in Großbritannien wurde. Die Kuratorin Rosamyn Keshwani erklärt beim Rundgang, wie sich der kleine Buchhandel zum Treffpunkt von Künstlern, Musikern, Fotografen und Filmemachern der Londoner Untergrundszene etablieren konnte. In den 1960s, die kleine Buchhandel-Publikationen wurde eine sehr wichtigste Information für die Artisten und für Exchangesinformationen. Informationen. In 1964, da war ein Feuer in der Basement. Das Feuer bedeutet, dass das Basement nicht mehr als ein Storragspot ist. Und bei der Reaktion von einigen Artists, haben sie in der Basement angefangen zu machen. Und sie haben angefangen mit Exhibitionen. Ein solches Happening im Keller von Better Books war die gewaltige Environment-Installation The Stigma. Sie wurde im März 1965 eröffnet und sollte die Aufmerksamkeit auf das Grauen des Krieges lenken. Die Stimme, die in der Basement in der Basement war, war ein sehr grotty, dirty und noch ein renovierendes Raum, weil sie das. In der Basement, in der Basement zu durch die Exhibition mussten, mussten Sie ein Buch wo Sie gesagt haben, dass Sie nicht die Exhibition verlassen würden, bis Sie durch die ganze Sache ging. Und Sie mussten eine Schille und Sie mussten das Buch machen. As you continued, you were then, let me tell you, just about a couple of the experiences. You were confronted by David Trace's Greasy Spoon Cafe, which would put Damien Hirst's work to shame. It was a series of rotting meats and foodstuffs and tomato ketchup and mustard everywhere and sausages that were rotting and mannequins like these. Probably these mannequins actually, mannequins like these, that were sitting and having a lovely cafe. And the logbook is on display. And if you have a look at that logbook, you'll see it's a who's who of who was involved in the London Underground at the time. And you'll be surprised to see that people like Keith Richards and Mick Jagger went through the Stigma exhibition. Ein Jahr später löste sich die Szene um den Buchladen durch dessen Verkauf wieder auf. Für einen wertvollen Augenblick aber war Better Books ein Raum geworden, in dem alles möglich und notwendig war. Das Ganze ist mein Jahr. Wer den Lied in den峙ationen, in dem alles möglich war. Und deshalb событиen texts das in der referee wurde auf.